Meghan gab am Dienstagabend mit Prinz Harry ihr Debüt auf der Family Friends Party, nachdem sie aus Kalifornien angereist war, und erwähnte ihre Kinder Prinz Archie, 4, und Prinzessin Lilibet, 2, in einer Auftaktrede. Es ist so besonders, hier zu sein, und es tut mir leid, dass ich ein wenig spät zur Party gekommen bin. Genau wie so viele von ihnen wissen wir, dass es hier um Familie und Freunde und die Gemeinschaft geht, die ein Victus geschaffen hat, die Fischerhaus geschaffen hat, und deshalb musste ich einfach ein wenig mehr Zeit damit verbringen, unsere kleinen Zuhause zu betreuen, sagte die Herzogin von Sussex, laut Hello. Ich habe Milchshakes geholt, den Schulweg gemacht, und dann bin ich gerade vor ein paar Stunden gelandet. Ich bin begeistert, dass das erste Ereignis, das ich mit Victus machen kann, hier mit euch allen ist. In der Zwischenzeit lehnt Harry sich von ihr Weg, bedeckt seinen Mund und steckt nervös die Hand in die Tasche, als sie die Kinder erwähnt. Und hier entlarvt sie sich selbst und zeigt, dass die Kinder nur Requisiten sind, die für billige Effekte verwendet werden sollen. Dass sie denkt, das sei niedlich und nachvollziehbar, zeigt, dass sie keine Ahnung hat, was Elternschaft bedeutet. Ein Milchshake zu kaufen ist kein bemerkenswertes Ereignis, warum ist es das für sie, und warum muss sie dem Publikum davon erzählen und ihre wahre Natur zeigen? Die Spiele begannen also am Samstag, dem 9. September, aber es dauert drei Tage, um Milchshakes zu kaufen und einen Schulweg zu machen. Aber sie ist am Montag, dem 11. September, abgereist. Wer macht dann den Rest der Woche den Schulweg? Oder hat das Kind nur einen Schultag pro Woche? Sie musste einen vierjährigen Jungen in den Kindergarten bringen, bevor sie nach Deutschland abreiste. Er wird die ganze Zeit dort bleiben, solange sie weg ist. Ist es wirklich wichtig, wer ihn zur Schule bringt und abholt? Es kann nicht so wichtig sein, wenn sie so oft unterwegs sind. Selbst wenn er nicht gehen würde, wenn sie nicht da wäre, würde es wirklich eine Rolle spielen? Es ist vor Schule. Ich kaufe die Milchshakes muss die Reaktion auf den In-N-Out-Burbschuss sein. Wir wissen, dass Meghan Markle früher in dieser Woche bei der beliebten Westküsten-Fastfood-Kette in ein Ort Burger mit einem Freund gesehen wurde. Auf Fotos, die von der Daily Mail erhalten wurden, fuhr Meghan mit einem schwarzen Range Rover durch die Drive-Through-Schlange. Ich habe einige anonyme Enthüllungen gesehen, dass Meghan das Fotoshooting mit den Hunden inszeniert hat, weil sie dem Mitarbeiter am Drive-Through-Fenster gesagt haben musste, einen Schritt zurückzutreten, damit die Kamera das Foto am Drive-Through-Fenster machen konnte. Zumindest hatte sie genug gespürt dafür, bei In-N-Out zu gehen. Batgrid wurde für ihre professionellen Fotos bezahlt, ihre digitalen Fotos, aber es handelt sich dennoch um Fotos, die mit einer Kamera aufgenommen wurden. Dies war ein in Auftrag gegebenes Foto. Batgrid machte die Fotos und sie wurden vorbeugend oder sofort an die Medien verkauft. Ihr Besuch im Fastfood-Laden war eine der von Harrys Frau geplanten Aktionen, und in ihrer Rede bei den Invictus Games erwähnte sie dies später. Tom Bauer sagte, es ist lächerlich zu behaupten, dass sie zu spät gekommen sei, weil sie ihren Kindern Milchshakes geben musste. Dies ist eine Frau, die heute Abend über die Bedeutung von Familie spricht, die sich nach besten Kräften darum bemüht hat, die königliche Familie zu zerstören, die ihren eigenen Vater ignoriert, die darüber spricht, wie wichtig es ist, sich um Opfer zu kümmern, und dann einen Vater in Mexiko zurücklässt, der einen Schlaganfall hatte und ihn nicht besucht. Diese Person spricht über Familienwerte.